...Kann mit einem Film von Max Oflitz. Lieben wir Frankreich? Lieben Sie Frankreich? Ja. Lieben Sie Paris? Oh ja. Gefällt Ihnen Frankreich, Sir? Ja, sehr sogar. Und Sie, Madame, lieben Sie Frankreich? Oh ja, Monsieur, ich bin Französin vom Kopf bis in die Zehenspitzen. Wer sind Sie denn? Oh, ich bin nur so ein Typ, der Dokumentarfilme dreht weiter nicht. Figurez-vous, Monsieur, nous étions quatre frères. C'est la réponse que j'ai faite, parce qu'il me disait juif. J'ai mon nom qui est à consonance juif, puisque je m'appelle Klein. Oui. Je suis un. Oui. Je suis catholique, quand même. Oui. Alors, justement, j'ai eu des inquiétudes, on m'a inquiété à ce sujet. Oui. Alors, j'ai répondu, ayant eu quatre frères mobilisés. Oui. Et ma foi, j'étais français. C'est ça. C'est ça, c'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, c'est un type qui marche, tout pas, en passant que la République... Oui, Vincent. Sehen Sie, Vincent, dieses kleine Häuschen am Stadtrand? ...in den Pyrenäen. Eh bien. Nun ja. Ça me suffit. Mehr brauche ich nicht. Ich habe seit The Troubles, we've seen, nicht mehr gearbeitet. Ja, das ist schon eine Weile her. Nicht wahr, ja? 17, 18 Jahre. Die Kritiken waren aber immer gut. Ja, die Kritiker haben mich immer geliebt. Aber waren sie immer aufrichtig? Vielleicht lag es daran, dass ich der Sohn von Ophuls bin. Das hier, Vincent, das ist ein Bild von meiner Frau Regine. So hat sie sich mein luxuriöses Leben ausgemalt. Mit Trophy-Wife. Wir streiten uns jede Nacht. Die Nachbarn können ein Lied davon singen, trotz der doppelt verglasten Fenster. Wir schreien uns an. Aber nicht irgendwie, nein, wir streiten auf Deutsch. Ich war gerade dabei, die Wäsche aufzuhängen, als ich euch streiten hörte. Sie sprachen Deutsch mit ihr und sie wollte sie davon abhalten. Das werde ich nicht vergessen. Sie sagten Regine. Deutscher bin ich. Deutscher bleibe ich. Ich verfolge sie bis zu ihrem Zimmer und hier mache ich so. Ich berühre sie kaum. Aber sie hat sich körperlich, von moralisch ganz zu schweigen, sie hat sich körperlich bedroht gefühlt. Na gut, dann hat sie sich etwas beruhigt. Ja, das ist eine Form der Gewalt, die nicht gerade... Es ist nicht zähne. Ja, es ist nicht die feine Art. Uns hat man davon ja nichts erzählt, nicht wahr? Von dieser Art von Gewalt. Wie geht das nochmal, das Lied von Brassens? Ich habe nie vergewaltigt, auch niemanden getötet. Und schon seit langem stiele ich nicht mehr... Das nächste Mal verfolgte ich sie hier entlang. Und dann habe ich... Habe ich so gemacht. Die Küchentür stand offen. Und ich sagte... Und ich schubste und sagte, verzieh dich. Und da ist sie gestürzt. Und Regine ist auf den Rücken gefallen. Auf die Kacheln und hat sich den Kopf gestoßen. Und seitdem ist sie in der Normandie-Version. Meine früheste Kindheitserinnerung. Ich war vier oder fünf Jahre alt. Es war während der Vorstellung von Die verkaufte Braut, der Oper von Smetana. Der junge Max Orphilz, er war damals 30, hatte die Opernsänger zu Pferde steigen lassen. Ich saß auf den Knien des Produzenten. Und wir sahen den Treiben zu. Und ich sagte... Ah, das ist aber ein großer Zirkus, der da vorbeizieht. Zweite Kindheitserinnerung. Und das haben mir bestimmt nicht meine Eltern erzählt. Nebenan war ein Haus mit Flachdach. Von meinem Fenster aus konnte ich Leute in Uniformen sehen, die so mit Holzdingern umhergingen und immer riefen... Dritte Kindheitserinnerung. Mein Vater fuhr immer nur Cabrios. Sein letztes war das Schönste, ein Mercedes Cabriolet. Aber als wir Berlin verließen, fuhren wir in einem ganz kleinen Auto. Ich glaube, es war ein NSU. Ich saß mit den zwei großen Koffern auf der Rückbank. Ich war fünf Jahre alt. Es war Nacht. Und wir sind zweimal ums Adriumkino herumgefahren, an dem der Name Max Orphilz und der Titel Liebelei prangten. In großen Lettern. Schwesterlein, Schwesterlein, was bist du so glücklich? Als wir 1933 aus Berlin kamen, war ich fünf. Anfangs ging ich in die Schule Charles de Foucault, in einem gut betuchten Umfeld. Eines Tages hat die Direktorin, Madame de Germont, um eine Unterredung mit meinen Eltern gebeten. Sie sagte, sprechen Sie französisch mit Marcel? Meine Mutter sagte, ja, ja. Und Madame de Germont antwortete, tun Sie das nicht. Ein oder zwei Jahre später sagte Madame de Germont, dass wir ab heute mit weißen Handschuhen zur Schule kommen sollten. Ich frage, warum? Na, um euch von den Kindern der Gemeindeschule zu unterscheiden. Ja. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben politisch reagiert. Ich bin am Abend heimgekehrt und habe zu meinen Eltern gesagt, dahin setze ich keinen Fuß mehr. Und so bin ich zum Lissé Pasteur gekommen. Meine Mutter und ich verbrachten die Ferien in einem kleinen Haus in Menton. Abends um zehn holte mich eine große schwarze Limousine ab, um mich zum Filmset zu fahren. Der Hafen, die Arkaden. Halbville-Franche-sur-Mer war heller Leuchte mit großen Scheinwerfern. Und ich sah meinen Papa, der der Herrscher über all diese Leute war. Vor dem Krieg in Frankreich nahm mein Vater jeden Auftrag an, den er kriegen konnte. Er war kein Julien Duvillier, kein Marcel Carnet und vor allem kein Jean Renoir. Also nahm er fast alles an, was man ihm anbot, damit wir was zu essen auf dem Tisch hatten. Ich schwöre Ihnen, mein Vater hat unter der Brücke von Buteau einen Sturm auf dem chinesischen Ozean gedreht. Sein Assistent Ralf Baum schöpfte eimerweise Wasser aus der Seine und warf es Pierre-Richavim ins Gesicht. Ralf drehte sich zu mir um und sagte, siehst du Marcel, wenn du einmal groß bist, darfst du auch so was Lustiges machen. hier in der Rue Ernest de Loison in Neuilly gab es wohl die besten Croissants in ganz Paris. Es hat sich sehr verändert, aber es ist schön. Darf ich die Tür öffnen, Madame? Darf ich die Tür öffnen? Fühlen Sie sich wie zu Hause? Danke! Das war für eine ganze Weile unser Zuhause. Meine Kindheit war sehr privilegiert. Die Zeit danach auch. Ich bin generell sehr privilegiert. Von Zeit zu Zeit und zur Abwechslung sorgte sich Max Offel zu meiner Erziehung. Und so habe ich das amerikanische Kino kennengelernt, lange bevor ich Amerika kennenlernte. Ich bin nicht einfach Cinephil. Ich liebe nur das amerikanische Kino aus der Zeit meiner Kindheit und Jugend. Daran hat Max Offel zu einem großen Anteil. Vor dem Krieg sagt er zu mir, geh ins Kino und sieht er den Film von Capra an. Es war der Lebenskünstler. Kommunismus, Faschismus, Voodooismus. Everybody's got an Ism these days. It's just as catching. When things go a little bad nowadays, you go out and get yourself an Ism and you're in business. Einmal sagt er zu mir, heute zeigen sie die Marxbraters im Napoleon. Schnapp dir dein Fahrrad und fahr hin. Den musst du dir ansehen. Everyone says I love you. But just what they say it's more I never knew. It's just inviting trouble for the poor soccer who says I love you. Das Café de Cascade. Hier gingen wir vor dem Krieg mit den Freunden meiner Mutter und von Max Offel zu essen, um Eis zu essen. Es waren sehr schöne Frauen. Es waren die ersten Lieben meines Lebens, damals mit 10, 12 Jahren. Jahre später sagte meine Mutter zu Marie, dass ich es gern gehabt hätte, wenn sie diejenige gewesen wäre, die mich in Jungfurt. Und Marie antwortete, oh, und ist das wahr? Aber er hätte doch nur zu fragen brauchen. Eine von ihnen sah ein bisschen so aus wie Hedy Lamarr. Sie hieß Boschi. Sie war die Frau des Co-Autos von Max Offels, Kurt Alexander, der von der Gestapo auf einem kleinen Sportboot gefasst wurde, auf dem er den ganzen Tag herumlag und nur darauf wartete, gefasst und deportiert zu werden. So starb seine Frau in einem Bordell der Wehrmacht. Als Max Offels merkte, dass der Krieg unausweichlich war, begriff er, dass es nicht nur in den Kampf ging, sondern dass es auch der Untergang sein würde. Er wollte, dass sein Sohnemann in Sicherheit sei. Damals schrieb er mit André Paul-Antoine an dem Buch zu Ohne ein Morgen in einem kleinen Dorf in den Hoch-Savoyen, Notre-Dame-de-Belle-Combe. Am Silvesterabend ist mein Vater auf die Skipiste gekommen, um mich abzuholen. mit einem Pferdschlitten und Decken. Es war sehr kalt. Es war eine herrliche Nacht. Der Himmel stand voller Sterne. Ich weiß ewig, das ist sogar noch länger als mein Leben. Wir waren zugedeckt mit Fellen, mit Fellen von, ach, ach, ich weiß nicht mehr. Und er sagte zu mir, weißt du, du kannst tun, was du willst. Wir sind ja auch nicht gläubig. Aber du solltest vielleicht doch einen Rabbiner aufsuchen. Oder einen Pfarrer, einen protestantischen Pfarrer. Oder vielleicht sogar, ja, wieso nicht, einen, einen katholischen Priester. Es war eine herrliche Inszenierung, weil er sehr gut wusste, dass ich Katholik werden musste. Also habe ich mich natürlich taufen lassen und auch meine Erstkommunion gemacht. noch im selben Jahr. Ich wartete hier auf den 43er-Bus. Hier stand damals ein Urinal. Während ich pinkelte, stellten sich zwei richtige Proletarier links und rechts neben mich. Vasson. Noch heute denkt Regine, dass das einer der großen Triumphe meines Lebens war, denn auf einmal sagte der eine, ah, sieh dir das an. Der pinkelt wie ein richtiger Mann. Ah, quel compliment. Was für ein Kompliment. Mit zwölf Jahren. Und dann kam der Exodus. Werner Merkel. Werner Merkel. Werner Merkel. Werner Merkel. Mein Vater hätte ein Segelboot oder ein Angelboot nehmen können, wie viele es getan haben, um in die freie französische Zone zu fahren. Zu dem Zeitpunkt herrschte er Waffenstillstand. Er war ein sehr mutiger Mann. Er hat es nicht getan, weil er seine Frau und seinen Sohn ja nicht hätte mitnehmen können. Es war ein sehr schöner Tag. Ein herrlicher Frühling. Ich saß wie immer auf der Rückbank, neben einem der Koffer, auf dem Notsitz. Und auf einmal konnten wir die Benzingutscheine nicht mehr einlösen. Nur wenige Kilometer vor Bayonne. Mit meinen fünf Jahren hatte ich schon einige Wutausbrüche meines Vaters miterlebt. Aber das war das erste und einzige Mal, dass ich ihn hysterisch erlebte. Er schlug seinen Kopf aufs Lenkrad und sagte, Sie werden mich mit Ihren Gewehrkolben töten. Er hatte nicht ganz Unrecht, war so. Denn er stand auf der Liste der Wehrmacht in der Kategorie Auf der Stelle erschießen. In Bayonne fandten wir kein Hotelzimmer. Nichts. Also haben wir auf dem Teppich in der Loge eines Kinos übernachtet, in dem ohne ein Morgen lief. Danach kamen wir nach Aix-en-Provence, ins Family Hotel. Direkt oberhalb des Cours Mirabeau. Wenn wir morgens die Fensterläden öffneten, sahen wir direkt gegenüber auf das riesige Filmplakat für Jules Süss, das zwei Etagen verdeckte. Weiter unten war das Café des Deux Garçons, wo sich die Truppe um Jouvet traf. Louis Jouvet hat uns geholfen, in die Schweiz zu gelangen. Und dann kam es dort zum Skandal, im Hotel de Berge. Max Ophuls sollte die Schule der Frauen drehen und Jouvet sollte Arnolf spielen. Den ganzen Tag hatten sie diese sehr mysteriöse Szene gedreht, die niemand je wiedergefunden hat. Und dann findet Louis Jouvet heraus, dass Max Ophuls, dem er versucht hatte, das Leben zu retten, ihm und seiner Familie, dass der ihn mit Madeleine Osray betrogen hatte. Sie war die große Liebe von Louis Jouvet. Max Ophuls hat dann sehr schnell zwei Theaterstücke in Zürich inszeniert. Romeo und Julia mit einem etwas zu alten Romeo. Während ich in Adelboden war. Das war ein Refugium. Hier war man geschützt vor Europa. Dieser vereiste Bach zwischen diesen zwei Schenkeln. Frauenschenkeln. Die Lust, in den Mutterleib zurückzukriechen. Es war paradiesisch. Vincent, hier war auch mein Zufluchtsort nach dem Krieg in Bosnien. Auf dem Rückweg aus Sarajevo bin ich wieder nach Adelboden gegangen, um den Frieden zu atmen. Kurz vor dem Krieg lernte ich schwimmen und während des Krieges lernte ich Skifahren. Meine Eltern mochten die Schweizer damals nicht, weil die sich in Zürich weiterhin mit Cremetörtchen die Bäuche vollschlugen und neutral blieben. Neutral. Die Schweiz war neutral. Neu. La Suisse était neu. Nach sechs Monaten verlangten die Schweizer, dass mein Vater sich als Deserteur meldete, damit wir bleiben konnten. Denn er war ja nie aus dem Kriegsdienst entlassen worden. Das wollte er aber nicht. Also sind wir nach Frankreich zurückgekehrt. Nachts kommen wir durch Pontallier. Wir sind sehr hungrig. Wir kommen an einem Platz vorbei, der kaum beleuchtet ist. Da gibt es ein kleines Bistro und da kommt auf einmal diese französische Frau, die sagt, wir können Ihnen ein Omelette machen. Und ich habe auch noch Erbsen. Was halten Sie von einem kleinen Omelette mit Schinken? Meine Mutter hat angefangen zu heulen. Und ich auch war es so. Immer wenn ich diese Geschichte erzähle, muss ich heulen. Und wieder hatten wir überhaupt kein Geld mehr. Nichts. Aber mein Vater wollte sich unbedingt einen Panama-Hut kaufen. Weil er dachte, dass er damit aussehe wie ein Amerikaner. Und eine gelbe Aktentasche aus echtem Leder. Sehr teuer. In die wir alle Papiere tun sollten. Und dann war es an der Zeit, dass wir uns von diesem Land verabschiedeten. Wir fuhren mit dem Zug. Ich stand auf dem Gang und sah diese wunderschönen Dörfer der französischen Pyrenäen an uns vorbeiziehen. Und jedes Mal, wenn mein Vater zur Toilette ging, er hatte Durchfall, holte meine Mutter eines der Dokumente heraus und ersetzte es durch Zeitungspapier. Im Bahnhof von Madrid gaben wir das Gepäck auf und machten uns auf den Weg zum Ritz. Das Gepäck kommt an, aber die Aktentasche ist nicht mehr da. Meine Mutter hatte sich gerecht. Aber sie hat das nicht lange durchgehalten. Sie hat ihn ein bisschen zappeln lassen. Eine Viertelstunde vielleicht, bevor sie ihn eröffnet hat, dass sie alle diese Dokumente bei sich trug. Das Meer, Ort der Freiheit, Ort der Flucht. In den 20. Jahrhundert spielen die Ozeandampfer eine wichtige Rolle. Einerseits für die große Geschichte, aber auch für die kleine Geschichte im Leben der Menschen. Wir hatten drei Tickets für eines der letzten Dampfschiffe ergattert, die von Lissabon ausliefen. Das war noch vor Pearl Harbor, also vor dem Kriegseintritt der USA. Wir fahren. Oh, wir fahren. Tatsächlich, wir fahren. Wir fahren. Ich liebe es, einen Hafen zu verlassen. Das offene Meer, das ist die Freiheit. Oh, wir fahren. Oh, das ist die Freiheit. Oh, das ist die Freiheit. Musik Die Verführung ist wichtig im Leben. Max Offuls war ein großer Verführer. Wenn wir ausgingen, sagt er immer, mischt euch unter die Leute. Die großen Verführer sind, so scheint es mir häufig, auch ein wenig zynisch. André Harris war sehr gut aussehend. Er war der Co-Autor des Films Das Haus nebenan. Er sagte, man muss immer so tun, als hörte man den Mädels zu und ihnen dabei direkt in die Augenblick. So. Ach ja? Selbst wenn man nur daran denkt, sie ins Bett zu kriegen. Und dann war da noch Daniel Gilla, der sagte, man darf nie seine Geldbörse rausholen. Das darf man auf keinen Fall. Nicht die Scheine aufblättern beim Bezahlen. So muss man es machen, so mit der Kohle. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Was machen Sie? Ein Dokumentarfilm. Soll ich mit reinkommen? Ja, ja, gern. Mit all meinen Klamotten? Max Offuls litt an Schlaflosigkeit. Und während meine Mutter und ich in unseren Kabinen schliefen, verbrachte er die Nächte an der Bar. Er hatte einen Reisegefährten gefunden. Und warum fiel die Wahl ausgerechnet auf diesen Mann? Na ja, wegen der deutschen Kultur. In ihm fand er seine eigene Kultur wieder. Der Typ sah ein bisschen aus wie... In meiner Erinnerung sieht er ein bisschen aus wie Gerd Fröwe, mit roten, sehr kurzen Haaren. Dann machten wir auf den Bermudas einen Zwischenstopp und die Briten sind mit Knüppeln an Bord gekommen, schnurstracks auf diesen Mann zu, haben ihn vom Schiff gezerrt und sofort erschossen. Er war ein deutscher Spion. Unsere Reise in die Freiheit, das war im Juli 1941. Damals war die Freiheitsstatue mehr als einfach nur Folklore. Für uns war sie eine wirkliche Freiheitsstatue. Und mich auf den Bergstern. Die Freiheit, die Vater mit seiner Weihnacht. Bei den USA, meine Mutter kamt zu uns auf ein neues Foyer. Allein das Sammussiff zu der capitalen Allemands. Um ein neues Foyer, eine moderne Reconstitution, von ein Sammsuffi, kein Allemans. Unter dem Sonnenhof im Kalifornien. Lass uns ein bisschen über unsere gemeinsame Kindheit sprechen. Wir waren über zwei oder drei Jahre recht enge Freunde. Du wohntest in dieser leeren Villa direkt gegenüber dem Lincoln High. Mit 16 Jahren hatte ich bereits mein eigenes Haus. Weil deine Eltern geschieden waren. Genau. Und du hast das Haus behalten. Und ich erinnere mich auch an dein Haus. Nahe des Hollywood Boulevards. Ja, und ich erinnere mich an deinen Vater. Wie wirkte er auf dich? Ein recht strenger Mann, wenn ich mich recht entsinne. Wirklich? Ja, ich meine eine echte Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit? Ein Grand Senior? Ja. Ja, jemand, der wusste, dass er etwas Besonderes war. What sort of a ship do I want the totting to be? A happy ship, sir. That's right. An efficient ship, sir. Correct. A happy and efficient ship. A ship can't be happy unless she's efficient and she certainly won't be efficient. Mein Vater wollte, dass ich Bert Brecht lese. Aber der war mir total egal. Ich stand damals auf Humphrey Bogart. Aber Brecht mochte mich gern. Er gab mir Ratschläge. Das Plagiat existiert nicht, Marcel. Jeder plagiiert jeden. In der Tram muss man sich immer Notizen machen. Am besten setzt man sich einfach hin und hört den Leuten hinter einem zu, ohne dass sie es merken. Und wenn sie nach Hause kommen, verwenden sie in ihren Stücken das, was die Leute ihnen erzählt haben. Er war ein sehr gewalttätiger Mensch. Wie er auf die deutschen Eintrausch während des Krieges, damals in Santa Monica, er wollte, dass sie alle verrecken. Weder die Engländer noch die Franzosen, niemand kann erfassen, was für ein großer Poet Bertolt Brecht war. Weil er die deutsche Sprache nicht aufweichte, sondern sie noch härter machte. In la Dürzis. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Die Offhüls wurden vom United Jewish War Relief ernährt. Zu dem Lubitsch, Billy Wilder, Fritz Lang und alle anderen gehörten. Weil er ja aber wehrpflichtig in der französischen Armee gewesen war, kam mein Vater zu spät. In den Studios waren alle Stellen bereits vergeben. Um den Offhüls zu helfen, habe ich zwei oder drei kleine Rollen angenommen. Die erste war in Vorspiel zum Krieg, aus der Serie Why We Fight, von Frank Capra. Das waren fantastische Dokumentarfilme, aber total falsch erfunden. Ich wurde also in die Warner Studios bestellt, um die Hitlerjugend zu repräsentieren. Ein Hitlerjungen in einer Schulklasse. Ich stand ganz hinten, weil ich schon viel zu groß war. Wir mussten den Arm zum Hitlergruß erheben und dieses Lied singen. Zweiter Auftritt in einem Film, der direkt nach Casablanca gedreht wurde, mit Humphrey Bogart. Der Film hieß Fahrkarte nach Marseille. Ein sehr schlechter Film. Ich sollte den Schiffskellner spielen, der in den Armen von Bogart stirbt und dabei die Marseillaise singt. In den Armen von Humphrey Bogart sterben. Erste Enttäuschung, bei der Probe war es nicht Humphrey Bogart selbst, sondern nur sein Dubel. Und dann habe ich die Rolle natürlich nicht bekommen. Während dieser mageren Jahre gab es eine Radiosendung mit dem Titel I was there, ich war da. Eine Sendung über Max Offils auf der Flucht. Und auch darüber, wie er auf der deutschen Kurzwelle Radiosendungen gesendet hatte. Deshalb war er auch auf der Liste der Wehrmacht gelandet. I was there, behandle also einmal diese Geschichte und dass Goebbels, oder besser sein Sprecher, ihm hatte ausrichten lassen, Jude Oppenheimer. Wenn wir nach Frankreich kommen, dann sind sie dran. Ein unbekannter Schauspieler spielte Goebbels, ein anderer meinen Vater und irgendjemand spielte meine Mutter. Und wir, die mir dabei zusahen, lachten uns schäckig. Und dann kam es zur Begegnung mit dem großen Preston Sturgis. Das war das Ende der mageren Jahre. Preston war sehr egozentrisch. Er veranstaltete Vorführungen seiner eigenen Filme bei sich zu Hause. Er rief also an und sagte, Marcel, ich habe mich gefragt, ob Hilde und Max und du morgen Abend vorbeikommen wollt. Ich zeige The Great McGinty. Na ja, wir wollten schon, aber wir hatten ihn schon dreimal gesehen. Die Falschspielerin, Fonda, der den Schüchternen spielt und unter den Schenkeln von Barbara Stanwyck liegt. Henry Fonda, das war ich. Ich erinnere mich, dass du mir ein paar Jahre voraus warst, vor allem, was Mädchen anging. Erinnerst du dich noch an Charlie? Ich erinnere mich an Charlie, ja. Sie muss eine unserer ersten Flammen gewesen sein. Ja, sie war mit Sicherheit eine meiner ersten Flammen. Bei mir begann sich gerade erst langsam das Bewusstsein zu regen, dass es da überhaupt so etwas wie Mädchen gab, während du schon deine ersten Freundinnen hattest. In der Lincoln Junior High School war ich Mitglied der Lincoln Troubadours. Wir trugen Toreador-Uniformen. Und eines Tages, das zeigt vielleicht, wie wenig ich über Sex wusste, sollte ich ein Solo singen, ein Lied meiner Wahl. Und ich sang, he's just my bill. Und ich verstand nicht, warum alle lachten. Vielleicht dachten sie, du seist schwul. He's just my bill, an ordinary guy. I love you, because he's wonderful, because he's just my bill. Preston Sturges hatte die Paramount verlassen, um gemeinsam mit Howard Hughes eine Firma namens California Pictures zu gründen. Er hatte Liebelei gesehen und zu sich gesagt, ich will mit Max Offils arbeiten. Der Film, den sie zusammen für Howard Hughes machen sollten, der übrigens seine damalige Freundin darin untergebracht hatte, war eine Verfilmung der Colombat von Merimé. Natürlich nicht auf Corsica, sondern in den Studios von California Pictures. Preston beobachtete meinen Vater bei der Arbeit. Am vierten Tag sagt er zu ihm, Max, du bist nicht für Hollywood gemacht. Aber weil ich weiß, dass du Geld brauchst, kannst du weiter Action und Cut sagen. Aber mehr nicht. Ab jetzt übernehme ich den Film. Das war die schlimmste Demütigung, die Max Offils in seinem ganzen Leben erfahren hat. Danach hat es etwa fünf oder sechs Wochen gedauert, bis Howard Hughes Preston gefeuert hat und im selben Abwasch auch gleich Max Offils. Später hat mein Vater sich gerecht, denn in Court, einem sehr guten Film, ist der Böse, gespielt von Robert Ryan, eindeutig Howard Hughes. Der Vorfall hatte sich in ganz Hollywood herumgesprochen. Kleine Insel Hollywood. Und nur zwei Wochen später hat mein Vater, dank Robert Seatmak, einen Vertrag bei Universal bekommen, für die er dann der Verbannte und Brief einer Unbekannten gedreht hat. und die Lettre d'unbekannte und die Lettre d'unbekannte. Oh, Franchine. Jahre später sitzen wir eines schönen Wochenendes in Chevreuse und frühstücken. Wir verabreden uns in Paris. Damals sahen wir uns etwa alle zwei Wochen. Mein Vater öffnet seinen Kalender und sagt, ah nein, Seven, an dem Tag kann ich nicht, da treffe ich Preston. Die Frage, Preston im Ernst, den Dreckskerl? Und er antwortet, er ist kein Dreckskerl. Und er ist so charmant. Lettre d'un réfugié européen und er ist so großartig. Und er ist so großartig. Und er ist so großartig. Ich bin froh, dass ich noch die Möglichkeit habe, zu lernen, über mein eigenes Beruf. Ich hoffe, selbst wenn es eine ganz andere Art ist, dass deine Amerikanisierung sich für dich, während du Japan beschäftigt. Wir haben Manhattan, die Bronx und Staten Island, auch. Es ist schon so, dass ich vorwiegend glückliche Erinnerungen habe. Meine ruhmreichen Jahre habe ich in New York in Manhattan erlebt. Hier gab es, eingequetscht zwischen zwei Wolkenkratzern, ein Hotel namens Navarro. Nach dem Dreh des Films über Irland zog ich mich zum Schreiben hierher zurück. Denn die Drehbücher schreibe ich immer nach dem Dreh. Es war zu einer Zeit, als es noch Plattenspieler gab, die so rauf fuhren, sich drehten und wieder runterfahren konnten. Meine Assistentin Anna Carrigan und ein paar andere irische Patrioten hatten die Idee, dass die Filmmusik logischerweise aus patriotischen irischen Liedern bestehen musste. Es gab da einen Song von Fats Waller, den sie überall spielten. Sehr traurig, sehr melancholisch. Ich dachte, na bitte, mit dem Lied beginnt der Film. Als wir mit dem Schnitt fertig waren, mussten wir natürlich irgendwann auch für die Rechte zahlen. Die Anwälte von Irving Berlin angerufen. Wir haben uns auf 5.000 Dollar geeinigt. Dann habe ich den Anwalt von Fats Waller angerufen, der in Harlem wohnte. Ich habe telefoniert von Fats Waller in Harlem. No one to talk with or by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. He misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. Der Anwalt von Fats Waller fragt, wie viel verlangen die Erben von Irving Berlin? Und ich antwortete, 5.000 Dollar. Kurze Pause. Und dann sagt der Anwalt, wir verlangen ebenfalls 5.000 Dollar. An eine deiner vielen berühmten Fotografien erinnere ich mich besonders, und zwar an die mit der Toilette. Ja, die Rassentrennung existiert immer noch. Sicher nicht mehr so offensichtlich, aber dennoch. Es ist ein langer Weg, nicht wahr, von dieser Toilette zum Präsidenten Obama. Oh ja. Es ist die Antwort, von jung und alt, rich und poor, demokratisch und republikanisch, black, white, hispanisch, asianisch, nativ-amerikanisch, gay, straight, disabled und nicht disabled. Wir sind und immer werden die USA. Zur Zeit der Nouvelle Vague, und danach auch noch, hatte Frankreich das New York Film Festival fest im Griff. Sie zeigten das Haus nebenan und hatten überall Poster aufgehängt, in denen The Shame and the Pity stand, also Scham und Mitleid. Sie haben es selbst übersetzt, aber ich wollte keinen Film vorstellen, der The Shame and the Pity hieß. Mitleid ja, aber ganz bestimmt nicht die Scham. Also haben sie über Nacht per Hand das Leid, das Leid, das Leid drüber geklebt. Ich bin ja nun kein so schlechter Franzose, wie Leute wie Simon Weil denken. Le Chagrin et la Pitié, das ist so oft umgedichtet worden. Erst kürzlich, Le Chagrin et le Venin, das Leid und das Gift, das Buch eines guten Historikers. La Bourie heißt er. Zut pour le Chagrin et Zut pour la Pitié, verdammtes Leid und verdammtes Mitleid. Philippe Bouvard auf der Titelseite von François. Und schließlich, pas de chagrin et pas de pitié, kein Leid und kein Mitleid von Jean Dutour, der Académie Française. The Gulf and Western Building, das war eine Erdölgesellschaft, vielleicht gibt es sie sogar noch, das weiß ich nicht mehr. Ein Gebäude von 39 Stockwerden und ganz oben der Sitz der Paramount. Eines Tages ging ich dort hinauf und begegnete jemandem, den man schwerlich nicht sofort erkennt, der auf dem Weg zum Fahrstuhl war, um hinunterzufahren. Es war Otto Breminger. Ein Assistent flüstert ihm etwas ins Ohr. Otto geht auf mich zu und fragt mich, ob er mich zum Mittagessen einladen darf. Ob wir über's Kino gesprochen haben? Aber nein, wir haben nicht über's Kino gesprochen. Er besaß diese traumhafte Villa in Saint Jean in Cap Ferrat und dachte, dass ich ihm vielleicht aber helfen könnte, sie zu verkaufen. Worüber wir aber vor allem gesprochen haben, das war die Liebe seines Lebens. Gypsy Rose Lee, ein großer Star des Striptease. Ein Sommernachtstraum. Die Realität. Der Traum. Das Kino. Die Wahrheit. Es vermischt sich ein bisschen in meiner Erinnerung. Das weiße Kleid von Sid Charis. Das gleiche Kleid, das auch Regine trug, die auch wundervolle Beine hat. Das gleiche weiße Kleid, das sie trug, als wir im Sommer vor dem Café du Mago vorbeigingen, in dem Albert Camus saß. Er schaute auf ihre Beine und gab mir dann ein kleines Zeichen der Zustimmung. Ja, dies eine gute Wahl. Fred in all seiner Eleganz. Regine findet ihn nicht sexy. Es stimmt. Fred ist komplett asexuell. Außer, wenn er tanzt. Dann ist alles Sex. Nach dem Krieg 1950 sind die drei Offels nach Frankreich zurückgekehrt. Mein Vater sollte das Comeback von Greta Garbo drehen, die Herzogin von Langeais mit James Mason, ihrem neuen Freund, während ich an der Sorbonne mein Studium der Philosophie fortführen wollte. Aus sicher sehr verschiedenen Gründen ist aus beiden Projekten nichts geworden. Um seine Familie zu ernähren, drehte Max Offel sehr schnell in nur sechs Wochen den Film der Reigen, während sein Sohn sich mühsam vom linken zum rechten Sänenufer bewegte und, um der Philosophie zu entkommen, ins Kino ging. Eines Tages sagte Yves Jean-Pierre zu mir, weißt du eigentlich Marcel, warum du so wenig arbeitest? Ich sagte zu ihm, nein Yves, eigentlich nicht, vermutlich, weil ich kein sehr guter Assistent bin. Er sagte, nein, du bist ein Assistent wie jeder andere, aber wir haben alle Angst, dass du am Abend dem großen Max Offels von unseren Faxen erzählst. Wenn man auf einem Platz mit Max Offels ist, hat man eine Art von Kompfels eine Art von Kompfels ist. Er ist ein Magistin, ich finde, Max Offels. Er hat so viele Charme, dass mir eine unglaubliche Sache mit ihm passiert ist, dass ich einen Tag ein Telefon von Max Offelskopf habe, er fragte mich, hallo Daniel, hast du gelesen von Maupassant gesehen? Ich sagte, ja, ja. Er fragte mich, ob du willst, den Rollen von der kleine Nähne? Ich sagte, ja, Max, natürlich. Er fragte mich, dass Max Offelskopf war, wenn ich mich auf der Kompfelskopf habe. Er fragte mich, dass ich mich auf der Kompfelskopf habe. Er fragte mich, dass ich mich auf der Kompfelskopf habe. Rosanne, es ist nur für mich, und es ist nur für mich. Meine Mutter hat ein möbliertes Zimmer für mich gefunden, im vierten Stock vom Hotel Coulin-Cours. Unten wohnte Madame Ackermann, die Concierge. Sie hat ein Telefon. Marcel, votre père, vous appelle! Marcel! Et alors, il y avait les autres qui étaient sur le palier, qui entonnaient en coeur. Marcel, votre père, vous appelle! Alors, je descendais l'escalier, puis j'allais au téléphone. Et alors, il me dit, tu n'es pas rancogné. Je lui dis, ça dépend pourquoi. Parce qu'on s'était engueulé à propos de ma mère. Et il m'a dit, ben, il faudrait que tu viennes à Neuilly. Il faut m'aider. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu viennes à Neuilly, parce qu'il y a deux types, là, qui m'appellent. Et qui veulent m'interviewer. Ils travaillent pour un truc qui s'appelle les cahiers du cinéma. Je comprends absolument pas ce qu'ils me disent. Il faut que tu viennes pour me traduire. Je lui dis, comment ils s'appellent? Il y en a un qui s'appelle, je ne sais pas, attends. Oula, comment ils s'appellent ce type? François Truffaut et l'autre s'appelle Jacques Rivette. Alors, je lui dis, oui, oui, je sais qui c'est. Mais ils sont très bien. Mais tu n'as pas besoin de moi. Si, si, viens. Donc, j'arrive. Ils étaient timides, mal fringués. Mon père était très, très élégant. C'était un homme avec la pochette. Toujours un costume de tailleur. Dès qu'ils sont entrés, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'était ni Jacques, ni moi. C'était la rencontre entre Max Office et François Truffaut. Il n'y avait pas de traduction à faire. Il n'y avait qu'à s'asseoir dans un coin et les écouter pendant une heure ou deux. Eines Morgens ruft mich Florence Malraux an und fragt, Marcel, hättest du Lust, Marlene kennenzulernen? Ich sage aber, natürlich Flo. Wer möchte denn nicht Marlene kennenlernen? Sie sagt, Marlene braucht einen Übersetzer. Einen Übersetzer. Wofür, mein Gott? Vom Englischen ins Deutsche. Sie hatte Angst, zum ersten Mal seit dem Krieg wieder vor deutschem Publikum zu singen. Also fahre ich zum Plaza Athenée. Es war, glaube ich, 8 Uhr morgens. Sie stand immer sehr früh auf. Sie trug ein Negligé und war einfach wunderschön, zauberhaft. Sie musste damals etwa 60 gewesen sein. Es gab Kaviar und Champagner zum Frühstück. Sie legte mir alle Kritiken ihrer Tour in Las Vegas vor. Ich übersetze. Sie schaut über meine Schulter und sagt, das steht da nicht. Es sollte lobender klingen. Also übersetze für mich. Einen Satz nach dem anderen. Ich sage zu ihr, hören Sie Marlene, Sie sprechen viel besser Deutsch als ich. Machen Sie das doch selbst. Das hat ihr gefallen. Und so schlug sie vor, also Marcel, ich zieh mir jetzt etwas an und dann gehen wir Mittagessen. Wir haben nicht über das Kino gesprochen. Wie mit Otto Breminger. Wie mit Otto Breminger. Wir sprachen nicht vom Kino und nicht von Sternberg. Stattdessen stellte ich ihr Fragen über ihre zahlreichen Liebhaber. Am Abend nahm sie mich mit zum Tanzen in eine Nachtclub in der Rue Bontieu, wo sind für dich alle kranken. So gegen zwei Uhr morgens habe ich mich dann gefragt, gehst du jetzt mit oder gehst du nicht mit? Und was hat der kleine Marcel wohl gesagt? Ich habe entschieden, dass sie zu alt für mich ist. Die Sonne scheint, das ist der Gare de l'Est, das ist Verdun, französische Occupation, das ist Daniel Dario. Dario. Bist du schlug in der Rue Bontöne! Bist du Geist du Bonn! Ich liebe den Russen! Ich liebe die Sonne! In meinem Privatleben tritt Régine eines schönen Tages aus der Garde lässt, ohne Vorwarnung, genau da gegenüber, mit einem kleinen Köfferchen aus Pappe und sagt zu mir, Ich hatte damals keine große Lust zu heiraten, also habe ich meinen Vater um Rat gefragt. Er sagte zu mir, aber selbstverständlich wirst du nicht heiraten. Weißt du, die, mit der ich was in München hatte, hat letzte Woche abgetrieben, ohne es mir zu sagen. Und der Rest? Tja, der Rest sind 53 Jahre gemeinsamen Lebens. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich Régine liebe. Alle lieben Régine. Aber Régine hat Max Offils diese Haltung niemals verziehen. Deshalb ist sie auch nicht cinephil. Deshalb mag sie Max Offils nicht. Nicht wirklich. Sie hat es nie vergessen. Wenn der Hauptteil des Menschen adoptent eine bestimmte Ligne de conduite und de pensée, dann sind die Menschen die anders denken, dass sie eine gewisse Ausnahme denken. Y a-t-il ein Rapport mit deinem Vater, du glaubst? Mein Vater war nicht ein Nazi pur und dur. Er war nicht inscrit auf den Parti. Aber er war keine Ausnahme von den Menschen, die damals in der Zeit waren. Natürlich war ihr Vater ein Nazi. Er war ein anständiger Mann. Er war auch ein guter Dorfschullehrer. Und der Bruder Régines war in der Waffen-SS im Panzerbataillon. Er hat den ganzen Russland-Feldzug mitgemacht. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass er nicht Zeuge der Gräueltaten gegen die Juden in Russland geworden ist. Mein Vater ist jung gestorben. Unter scheußlichen Schmerzen. Irgendwas mit dem Herzen. Meine Mutter hat an seinem Bett gewacht, die ganze Zeit über. Ihre Ehe hielt bis zum Schluss. Obwohl die letzte Liebe meines Vaters in Hamburg auf der Bühne stand und die Gräfin Alma Viva in der Hochzeit des Figaro spielte. Und wer sich vergass, kann das niemals vergessen. François hatte gerade sie küssten und sie schlugen ihn abgedreht. Als ich aus Hamburg nach Paris zurückkehrte. Régine und ich waren wie üblich pleite. François war immer auf den Champs-Élysées zu finden. Ich ging vorbei, ich sah ihn. Aber weil ich sehr schüchtern bin, wie du ja weißt, Sophie, sehr schüchtern. Ich traute mich also nicht, ihn anzusprechen. Régine fragte, und? Hast du mit ihm gesprochen? Ich antwortete, nein, heute ist nicht der richtige Tag, nicht der richtige Zeitpunkt. Nach dem fünften oder sechsten Mal habe ich all meinen Mut zusammengenommen und ihn angesprochen. Guten Tag, François Truffaut. Ich weiß nicht, ob Sie sich an mich erinnern, ich bin Marcel Ophuls. An diesem Tag ist er mein Freund geworden. Der beste Freund, den ich je hatte. Über ihn habe ich auch Jeanne kennengelernt. Erinnern Sie sich, wie Sie mit mir gemeinsam vor dem Stühle des Acacias standen, um den Film von Lubitsch zu sehen? Heaven can wait. Er ist die Liebe meines Lebens. Sie haben ihn mir vorgestellt. Natürlich erinnere ich mich. Wie war das etwas unangenehm? Ich sagte zu ihr, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen sexistisch? Und sie antwortet, seien Sie still, Marcel, der Mann ist ein Genie. Ich habe Ihnen so vieles zu verdanken. Nicht doch. Aber ja, doch, Sie waren eine der Beschützerinnen meines Lebens. Dessen war ich mir gar nicht bewusst. Sie haben enorm viel Geld in den Po de Bananen gesteckt. Wir drehten draußen in Sainte-Marie-de-la-Mer, in der Camargue, wo es sehr lange Strände gibt. Am Ende des Arbeitstages fragte mich Jean-Paul, Marcel, reiten Sie? Ich sage, ja, gelegentlich. Worauf er fragt, ob ich ein Rennen mit ihm machen will. Ja, jetzt hier am Strand. Ja, aber ohne Sattel. Und ich habe ganz knapp gewonnen. So knapp. Und ab dem Tag duzte er mich. Es war ein Sonntag im Negeresco. Jean-Paul, du und Jeanne, ihr seid nach St. Paul-de-Vence gefahren und habt mich allein im Hotel zurückgelassen. Das haben wir getan? Also sowas? Ich habe das nicht vergessen. Ja, das verstehe ich. Ich habe es vergessen. Das tut mir sehr leid. Aber mit Jean-Paul waren wir nur am Baggern damals. Und es wäre nicht gut gewesen, wenn der Regisseur da reingeraten wäre. Ein Regisseur sollte sowas nicht tun. Eben. Allerdings war ich nie ein großer Aufreißer gewesen. Ja, ich weiß. Es war ein schönes Erlebnis. Eine dramatische Komödie, wie man sagt. Im amerikanischen Stil. Sowas machte man in Frankreich nicht. Ich meine, dass es gut ist, dass du keine weiteren Spielfilme gemacht hast. Denn die Filme, die du später gemacht hast, die Dokumentarfilme, sind immerhin Teil der Filmgeschichte geworden. Die bleiben. Spielfilme kommen und gehen. Nach Pot Bananen habe ich einen richtig miesen Streifen gemacht. Serge Silbermann sagte immer, wir machen einen mit Konstantin. Das ist gut fürs Geschäft. Aber Konstantin war damals schon am Ende. Er war permanent betrunken. Er konnte nicht singen und ein guter Stuntman war er auch nicht. Eigentlich hatte Eddie wenig Talent. Charmant war er. Ich sagte zu Serge, wie wäre es, wenn ich den ganz schnell mache? Und Serge antwortete, aber nein Marcel, Sie sind hier nicht in Hollywood. Wenn sie mit dem zweiten Film floppen, auch wenn sie Ophils heißen, dann war es das. Und in der Tat war es das dann. Und so bin ich zu ORTF gekommen, wo ich sehr schlecht bezahlt war, aber glücklich. Dort habe ich gelernt, was Journalismus ist. Mit André und Alain habe ich vier Jahre zusammengearbeitet. Warum gerade mit den beiden? Nun, weil auch sie die Freiheit liebten. Aber auch, weil sie nicht an die Objektivität glaubten. Sie waren wie ich. Sie glaubten an die Subjektivität. Sie waren wie ich. Sie glaubten an die Subjektivität. Unsere heutige Sendung aus der Serie Kultur unserer Zeit ist der Freiheit der Gedanken gewidmet. Das ist eine Zeichnung, die Saint-Pé den Streikenden vom ORTF geschenkt hatte. Alle die Aufnahmen von 68. Ich hatte zwei oder drei Szenen drehen können im Schein der brennenden Reifen. Wir wurden durchgelassen. Wir waren ja der ORTF. Wir bewegten uns auf beiden Seiten der Barrikaden und deponierten unsere Kameras zwischendrin bei den Spezialeinheiten der Polizei. Unter General de Gaulle durften die Polizisten nicht mit der Presse sprechen. Aber da war dieser Leutnant, der uns beobachtete, während wir unser Equipment fertig machten. Und er sagte zu mir, diese kleinen affektierten Bengel, wenn wir durften, würden wir sie richtig fertig machen, aber mit Wonne. Alain de Sedoui und Andre Harris hatten mir aufgetragen, vor der Sendung zu Kuhn-Bendit zu gehen. Es war schwierig, ihn zu finden, weil er jede Nacht woanders schlief. Ich musste halb Paris absuchen, zu Fuß. Schließlich habe ich ihn unter dem Eiffelturm gefunden. Und ich sagte zu Dani, morgen gibt es eine letzte Diskussion, bevor der Vorhang fällt. Du musst dabei sein. Rue Cognac-Ger. Die Sendung hatte begonnen. Pierre Jukin, Vertreter der Kommunistischen Partei, hatte zu Alain gesagt, ich diskutiere mit wem sie wollen, aber nicht mit Kuhn-Bendit. Der Gaulist hat gesagt, egal wer, egal welcher Student, wen immer sie auswählen, aber nicht Dani Kuhn-Bendit. Und auf einmal erscheint zu meiner Linken, schlecht rasiert und noch im Halbschlaf, Dani. Sofort habe ich Alain Zeichen gegeben. Er ist da. Hey, er ist da. Aber sie haben weitergemacht. Zum Schluss ging ich zu Alain, der mich fragte, und, war es gut? Und ich sagte, nein, natürlich nicht, Dani war da. Was zum Teufel habt ihr gemacht? Zwei Tage später saßen wir zu 15 in dem kleinen Büro von Max-Paul Fouché, um unser Streikmanifest zu redigieren. Max-Paul Fouché liest uns eine sehr schöne Deklaration vor. Solidarität mit den Arbeitern und so weiter. Am Ende sage ich, da fehlt ein bisschen der Biss, woraufhin sich der kleine Michel Mitrani auf eine der Stühle stellt und deklariert, Wir fordern Unabhängigkeit vom Kulturministerium und vom Finanzministerium. Unten standen mindestens 500 Leute, die alle auf unser Manifest warteten. Thierry Roland war da, Leon Citroen und Jean-Marie Drott, der gekommen war, um das Manifest vorzulesen. Die Lenin am finnischen Bahnhof, im Scheinwerferlicht. Und zum Schluss, als Mitrani seinen Satz mit der Unabhängigkeit gegenüber den Ministerien sagte, «Gab es Ovationen, die ewig gedauert hatten. Das war der einzige Streit von 68, der vollkommen verloren war. Der Streit der Nachrichten. Weil Pompidou alles hat fallen lassen. Alles außer den Nachrichten. Ich hatte Regine in die Schweiz gebracht. Das war der Reflex des Juden, der seine Familie in Sicherheit bringt. Ich hatte ihr den Auftrag gegeben, in Hamburg anzurufen, um zu erfragen, ob sie dort Arbeit für mich hätten. So kam es, dass ich in den folgenden vier Jahren für das deutsche Fernsehen gearbeitet habe. Daher die breite finanzielle Unterstützung für das Haus nebenan, durch das deutsche Fernsehen. Mein erster Kontakt zu Woody Allen am 17. September 1976. Er hat es nach Princeton geschickt. Verehrter Mr. Ophilz, danke, dass Sie uns erlaubt haben, mehrere kurze Auszüge aus Ihrem großartigen Film zu verwenden. Die Einbettung in meinem Film dient als Beispiel für hohen moralischen Anstand und in Stresssituationen. Die Leute in der französischen Resistenz sind wirklich brav, Sie müssen zu hören, dass sie Maury Chevalier singen. Ich weiß, manchmal fragte ich mich, wie ich unter Tortur stehe. Du? Du bist schade? Und dann würde der Gestapo nehmen Sie Ihre Blomingdale-Charge-Card und erzählst Ihnen alles. Vielen Dank noch mal und freundliche Grüße, Ihr Woody Allen. Madelaine? Sie wissen, dass ich alles in meinem Leben François zu verdanken habe, das wissen Sie doch, oder? Ja, aber ich denke, François hatte ganz und gar nicht das Gefühl, dass er alles für Sie getan hat. Jedenfalls hat er es mir nie gesagt. Er hat mir erlaubt, meinen ersten Film zu machen. Er hat den Film Das Haus nebenan in die Kinoseele gebracht. Ja, das ist wahr. Daran erinnere ich mich. Jedes Mal entdeckt man etwas Neues, weil die Geschichte sich verschiebt. Beim ersten Mal war alles an ein ganz bestimmtes Bild gekommen. Dieses Bild hat sich inzwischen geändert. Es ist zersprungen. Und mit einem Mal sieht man andere Details. Wenn man jetzt Mondes France in dem Film sieht, ist das absolut erschütternd. Es war an einem Sonntag, glaube ich. Das Referendum am Ende der Ära de Gaulle. Mitterrand rief ihn an, Waldeck Rocher rief an und jedes Mal sagte ich zum Team Kommt, Jungs, wir müssen raus und warten. Er sagte, was soll das, Ohfils? Sie wissen, dass ich keinen Unterschied zwischen meinem Privatleben und meinem öffentlichen Leben mache. Also bleiben Sie schon hier. Wir verlieren nur Zeit. Danach, er hat schließlich vier Züge nach Paris verpasst. Als wir am Ende einpacken, sieht er mich an und sagt, aber Ohfils, wir sind noch nicht fertig. Ich antworte, nein, Herr Präsident, das sind wir nicht. Darauf sagt er, dann sehen wir uns nächsten Sonntag bei mir in Louvier. Und für mich, ich bin in die Präsence des Gaulle, ich versuche, war ein abhängig, ein abhängig, ein profond, profond, profondément, profondément, émouvant. Ich muss sagen, dass er mich sehr, sehr gut reçoit. Also, es gab nicht so glacial. Es scheint, dass wenn du die Leute aus der France kommen, er sei froh, dass ihr 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 devoir fassiert. Ja, das ist genau. Eines Tages sagte François zu mir, wissen Sie, Marcel, Sie sind der einzige meiner Freunde, den ich mir gut als Präsidenten vorstellen könnte. War das ein Kompliment? Nein, das war sehr doppeldeutig. Er sagte oft zu mir, uns vereint, dass wir beide vom rechten Seenufer kommen. Von wegen, ich kam aus Neuilly, er kam aus Pigalle. Ja, aber trotzdem, das linke Ufer war das Reich der Intellektuellen. Links, das waren die Intellektuellen. Und rechts, da tobte das Leben. Das waren wir, das rechte Ufer, das war... Erinnern Sie sich daran, wie wir alle auf Spritzturl gingen? Ja. Und wie wir im Whisky au go go getanzt haben? Ich glaube, Sie waren mein letzter Tanzpartner. Wirklich? Aber ja, ich erinnere mich. Wissen Sie, dass ich ganz schön verliebt in Sie war? Ganz schön, nein. Ein bisschen, immerhin. Ein bisschen, ein bisschen habe ich es geahnt. Dann beruht es ja auf Gegenseitigkeit. Wissen Sie, was er mir dort im Türrahmen gesagt hat? Nein. Versprechen Sie mir, Marcel, dass Sie Ihre Memoiren schreiben. Ich glaube, ich war einer der Letzten, die François hier noch gesehen haben. Hier? Er war im Pyjama und vollgepumpt mit Cortison. Er sagte, ich habe einen Tumor, aber ich habe keinen Krebs. Madelaine rief mich an. Sie sagte, kommen Sie her, Marcel, und bringen Sie Regine mit. Komm, Marcel. Aber ich habe Regine. Und ich fragte mich, noch heute frage ich es mich, denn Regine will mir keine Antwort geben. War es nur, weil er Sie gern hatte? Er hatte Sie wirklich sehr gern. Ich denke, er fand Sie wundervoll. Hat er mit Regine geschlafen? Sicherlich. Wie bitte? Ob er mit Regine geschlafen hat? Sicherlich. Also das weiß ich nicht. Also ich auch nicht. Und das ist uns doch egal. Mir nicht. Ach nein. Einige Fragen habe ich ihm nicht gestellt, aber es stimmt schon, dass er... Er hätte es gesagt. Ich denke, er hätte es gesagt. Ja. Ja. Das beruhigt mich. Ah, Regine, ich gebe dir Jean Moreau. Ist da Regine? Es ist Regine. Meine liebe Regine, wie geht es Ihnen? Ja, was soll ich sagen? Ich finde ihn sehr schick mit seinem Hut. Er sieht toll aus. Als Jean Moreau loszog, um die Nacht zu drehen, haben Truffaut und ich ihr unabhängig voneinander gesagt, tun Sie das nicht, Jean. Sie werden sich zu Tode langweilen. Billy Wilder sagt über Antonioni, ich respektiere diesen Mann und seinen Mut, die Leute derartig nicht zu langweilen. Als er ein junger Filmkritiker war, hat er bei der Mostra von Venedig von 1940 eine Lobeshymne auf den Jus süß verfasst. Der dreckige Hund. Warum verschwenden Sie so viel Zeit darauf, die Leute zu hassen? Das ist eine gute Frage, Jean. Aber wir haben keine Zeit zu verlieren. Das hier ist das Ritz. Nicht das Ritz von Madrid, nicht das Ritz der Place Vendôme. Wir sind im Ritz von London. Siehst du, Benny? Hier hatte ich die größte Krise meines Berufslebens. Memory of Justice war eine Koproduktion zwischen meinen Freunden von der BBC, dem Deutschen Fernseher und David Putnam. Ich hatte in der Sendung über die großen Schlachten von Henri de Turen einen 30-Sekunden-Ausschnitt von Göring in Nürnberg gesehen und Henri sagte mir, dass es davon stundenweise Material gab, einen streng geheimen Ort in Maryland. Ich hatte die Idee, zu untersuchen, welchen Einfluss die Nürnberger Prozesse auf die Justiz der Nachkriegszeit hatten. Warum die Deutschen das für ein fabelhaftes Thema hielten? Na, ganz einfach, weil dadurch in ihren Augen der Genozid und die Nazi-Herrschaft relativiert wurden. Also habe ich alles getan, damit der Film nichts relativierte. Aber er dauerte fünf Stunden. Gunnar Rockheimer von den BBC Purchases flüssig. Und er rüstete mir ins Ohr, Marcel, die wollen einen Russen, einfach irgendeinen Russen in dem Film. Gibt ihnen einen Russen, der Geige spielt? Und ich sagte, nein, ich habe es schon mit Solzhenitsin versucht. Dem sind die Nürnberger Prozesse vollkommen egal. Es hat bis zwei Uhr morgens gedauert. Aber die Deutschen wollten mich feuern. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt, Gentlemen, ich habe für heute Nacht genug von Ihnen gesehen. Eine halbe Stunde später waren sie in der Water Street und erzählten Anna Carrigan und Inge Behrens, der Katerin, dass ich aus dem Film ausgestiegen sei, dass ich zwei Jahre Arbeit hingeschmissen hätte. Lieber Marcel, ich finde Memory of Justice einen durch und durch faszinierenden Film und hoffe, dass Sie gewinnen und ihn in seiner Originalfassung werden zeigen können. Ich war ja gefeuert. Der Brief kam von Lindsay Anderson. Am Tag vor Weihnachten hatten sie mit ihrem Verband versucht, den Film zu verhindern. Aus Prinzip. Weißt du noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind, Hannah? Ja, wir... Das war am Telefon. Ich rief dich an. Du riefst mich in Princeton. Ich rief dich in Princeton an. Weil du wusstest, dass ich in tiefen Schwierigkeiten steckte. Weißt du noch, was du gesagt hast? Wie alle hatte ich in der New York Times darüber gelesen. Ich hatte David Danbys Artikel gelesen. Ich war etwa 23 und abgebrannt, aber dann trat Max Palewski auf den Plan und hat viele unserer Probleme geregelt. Er war eine große Unterstützung. Max Palewski war ganz und gar nicht abgebrannt. Er war Milliardär. Ja. Er dachte, er hätte den Film gerettet, als er nach London flog, um mit der BBC und dem deutschen Fernsehen zu verhandeln. Aber es war noch nicht vorbei. Die Deutschen bestanden darauf, dass ihre gekürzte Version mindestens einmal ausgestrahlt werden sollte. Und ich fragte ihn, was passiert in Deutschland, Max? Und er sagte, fick die Deutschen. Und ich sagte, aber ich fick doch schon eine Deutsche. Danach hat er nie wieder mit mir gesprochen. Wir kennen mich im Sinne der Anklage nicht für schuldig. Nein, dieser Anklage gegenüber nicht schuldig. Ich bin in keiner Weise schuldig. Was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte, vor meinem Volke verantworten. Und das, wo der Film ja für die Deutschen gemacht worden war. Und raten Sie mal, womit diese dreistündige Version beginnt. Mit Vietnam, wo die Amerikaner die Hütten mit Napalm anzünden. Es ist ein mutiger und ein wichtiger Film. Der einzige Vorbehalt, den ich habe, bezieht sich auf die Gleichstellung der Kriegsverbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Genozid. Wie recht er hat. Wenn gleich sie rechtlich gesehen vergleichbar sind, denke ich, dass es bedeutende Unterschiede gibt, die festgehalten werden müssen. Danke, dass Sie mir erlaubt haben, den Film zu sehen. Viel Glück. Mit herzlichen Grüßen. Ihr Wissen Sie, Vincent, dass er, als er erfahren hat, dass mein Vater gestorben ist, den Dreh von Wege zum Ruhm an den ganzen Tag lang unterbrochen hat? Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, Da ließ er all sein, hab und gut Und eilte seinem Herzliebchen zu Da ließ er all sein, hab und gut Und eilte seinem Herzliebchen zu Da ist er ja. Wiseman und ich arbeiten mit komplett gegensätzlichen Methoden, aber wir sind Freunde auf Leben und Tod. Was ist der Unterschied zwischen Dokumentarfilmen und Hollywoodfilmen? Was mich angeht, so sind es alles Filme. Ich hasse die Begriffe Cinema Verité, Direct Cinema und Observation Cinema. Das ist alles Blödsinn. Es ist alles Fiktion, oder? Der Aufbau meiner Filme ist komplett fiktional. In dem Sinne, dass ich genauso an der Erzählstruktur, der Perspektive, den Charakteren arbeite, wie man das aus Spielfilmen, Romanen oder Theaterstücken kennt. Das ist für mich die einzige Möglichkeit zu versuchen, erfolgreich oder nicht, etwas Sinnvolles aus 100 Stunden Filmaufnahmen zu konstruieren. Alles ist das Ergebnis meiner Auswahl. Erinnerst du dich an deine erste Retrospektive in der Cinemathek Française? Du riefst mich an, weil du wolltest, dass ich dabei sei. Ich sagte, Fred, nein, bitte entschuldige. Ich habe riesige Schwierigkeiten mit Hotel Terminus. Und du sagtest, okay. Dann komme ich morgen früh bei dir vorbei. Du öffnest die Tür, die gesamte Redaktionscrew war da. Was hast du gesagt? Marcel wird wieder gekreuzigt. Wieder gekreuzigt. Es war während Hotel Terminus und der Schnitt war sehr schwierig gewesen, weil du den ganzen Film um den Barbie-Prozess hattest aufbauen wollen, aber der Prozess fand und fand nicht statt. Du hattest schon viel gedreht, aber wir konnten nicht schneiden, weil wir das Gerüst noch nicht hatten. Die Idee mit den Episoden. Die Idee stand, aber das Material fehlte. Und was war deiner Meinung nach der zweite Grund? Für den Selbstmord? Den Selbstmordversuch? Ich nehme an, du hattest Probleme mit Regine. Sie war einfach abgehauen. Es war der vierte Selbstmordversuch. Die vorigen Male hatte ich lediglich versucht, Regine zu beeindrucken. Aber diesmal war ich gut vorbereitet und hatte zwei Monate lang alle Pillen gesammelt, die ich kriegen konnte. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Das ist, das ist die Frage. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Und als Hotel Terminus dann schließlich ausgestrahlt wurde, sprach ich eine Botschaft für die Journalisten auf meinen Anrufbeantworter. Bitte sehen Sie sich diesen Mist nicht an. Your Royal Highness, Ladies and Gentlemen, it's my great pleasure to announce that the winner of the best foreign television programme is Marcel Offis. But this film is not primarily the biography of a criminal, a war criminal, nor the account of another tragic episode in the story of the Holocaust, although it is both of these things. But it's the story of one man who comes to judgment and how people define themselves in the face of this man. Barbie was sitting at the end of the table. And when I said that this bastard Hitler, you know, had betrayed the idealism of the German youth, he jumped up, you know, absolutely furious, and shouted, you know, in my presence, no one says anything against the Fuhrer. And he got really red in his face, you know, no discussion about it. The Fuhrer is number one, you know, and I'm sure in his prison cell in Lyon, he has a small... He told me a little bit of a story, like Hôtel Terminus, which is called Klaus Barbie and his time. La vie de Barbie en elle-même ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui va ressortir de son procès. A toi de jouer. People are responsible for finding out about the Holocaust without ever seeing a movie in their life. Christ, if we can't even do that, what are the schools for? What are the parents for? What's it all for? What are we living for if we need movies to tell us? Movies are there for themselves, to be enjoyed, so that you can laugh, so that you can cry, so that you can think. Quand on se voit, lui, il adore marcher. Wenn wir uns sehen, dann spazieren wir durch ganz Paris. Das machen wir schon seit Jahren so. Eines Tages sagt er zu mir, diese 15 Seiten, selbst du musst sie liefern, Marcel, diese 15 Seiten. Für die Leute, die entscheiden. Ich fragte ihn, aber was schreibst du denn auf diesen 15 Seiten? Hast du geantwortet? Oh Mist, hast du geantwortet. Ungewöhnlich ehrlich. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, was noch alles geschehen wird. Nein, nein. Wenn du im Vorfeld schon weißt, wovon der Film handelt, dann hat es keinen Sinn, ihn überhaupt zu machen. Keinen Sinn, ihn zu machen. Richtig. Du goal bist du calibre bist, du hörste, du hörste, totals baut? Du Base bin. Du어 verres einst du erstos, wir müssen nine. R Ernest du故? Was noch mal jemand programmes? Du hörste bist. Dr Schwab-bogrupp? Du hörste bist. Schab-bogrupp? IST-L常 herRNA Lie ogni guber. Der erste Casualte der Krieg ist die Wahrheit. Es ist sehr leicht zu leben in dem Journalistischen Milieu, und zu vergessen, was die Realität des Lebens ist. Die Realität des Lebens ist nicht, dass es Licht gibt und eine bestimmte Menge sehr limitiertes, bürgerer Essen. Die Realität des Lebens ist, dass die Menschen die Tren schocken, weil sie es nicht wirklich warm halten können. Erinnerst du dich, worüber wir sprachen in diesem gepanzerten BBC-Wagen, in dem du uns niemals hättest steigen lassen dürfen? Was ist passiert, Nige? Ich wurde gestrückt, um es zu reisen. Really? Ja. Das Wesentliche hatte nichts damit zu tun, was draußen los war. Nein. Ich sag dir, womit es zu tun hatte mit Shakespeare natürlich und den Marx Brothers und Maurice Chevalier. Oh, ja, ja, ja. If a nightingale could sing like you, they'd sing much sweeter than they do. Hey, you're not Maurice Chevalier. Are you Maurice Chevalier? No. Well, there you are. Wait, I've proven. If a nightingale could sing like you, they'd sing much sweeter than they do, you want a new kind of love. Die Marx Brothers bedeuten mir heutzutage mehr und mehr. Mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und ich bringe ihm die Lieder bei. Oh, man, oh. Oh, man. I'm against it. No matter what it is who commenced it. I'm against it. Siehst du, das ist es. Und du bist auch so. Ich denke, so muss man sein. Es bringt dich in Schwierigkeiten und lässt dich Fehler machen. Ich war zu sehr dagegen. Nein, ich war nicht, ich sag's anders, ich war nicht pro-Bosnisch genug. Nein, aber ich, ich wollte es sagen. Ich würde sagen, das stimmt. Ja, ich denke, das stimmt. Das zeigt dich auf einer Seite und das zeigt Hitler auf der anderen Seite. Surely, du hast deine persönliche Gefühle über das? Well, es ist eine kleine, dörte Sache, in all die Propaganda gegen Serbien und Serbien. Und nach einem Moment, ich bin sicher, dass die Wahrheit wird gesehen. Er war über seine Fähigkeiten daily, wie man sieht, dass er die Fähigkeiten hat, in einem Ort nicht mehr als fünf Kilometern von hier. Das ist drei Stunden, und es gab 10,000 Menschen. 10,000 Menschen getötet, über 60,000 Menschen getötet, 70,000 Menschen getötet und getötet in einer Stadt, die mit einer Population von 450,000 Menschen getötet. Wir sehen uns die死, und wir sehen uns die Welt ist schön. Wir sehen uns die Welt, dass diese Stadt schön ist und wir müssen lüttern, ich glaube, um es zu präservieren. Als wir aus Sarajevo zurückkehrten mit Pierre Boufti und Michel Faure, mein Gott, was waren wir genervt von diesen Leuten, die sich alle gegenseitig fotografieren. Diese Leute, die sich gegenseitig fotografieren. Sehnsucht von Visconti wurde auch hier gedreht. Visconti und der Tod in Venedig. Der Tod in Venedig und vor allem Sehnsucht. Die Novelle von Thomas Mann ist fabelhaft. Ja, ich habe sie gelesen. Sein eigener Sohn, der ein Freund deines Urgroßvaters war, war homosexuell und hat sich umgebracht. Wie geht das Lied? Sohn, der I love you. Ding, 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 ding. Enjoy, enjoy. It's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as a wink. Enjoy yourself, enjoy yourself. It's later than you think. Wie lange wird das sein? Eine Stunde? Das wissen wir noch nicht. Ich denke zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden? Ja. Jesus Maria. Ich habe mich schon gefragt, wie lang dieser Film wohl sein würde. Das war immer die große Frage. Darüber waren meine Produzenten immer besorgt. Wir wissen nie genau, worauf wir uns einlassen, wenn wir uns auf meine Filme einlassen. Das ist die Frage, oder nicht? Das war die Frage, oder? Ja. Und das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Die Antwort. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. He misbehavin', savin' my love for you, for you, for you, for you. I know for certain, the one I love, I'm through with flirting, it's you. Dans les voyages, y'a de l'image, mais dans les cages, beaucoup de rage. Je suis un voyageur, ah que c'est triste, quand je résiste, l'envie de voyager, l'envie de m'en aller. Je suis un voyageur, et contre la solitude, pour changer d'attitude, Je prends de l'attitude, car je suis voyageur. Dans les mixages, dans les ménages, on tourne la page, c'est bien plus sage, et un peu de bonheur. Je suis un voyageur.